Tschau, tschau. Vorsichtig. Was ist denn das für ein Fußball? Den kenne ich gar nicht. Ja, der ist echt klasse. Den habe ich von Kinder bekommen. So ein Lederfußball habe ich mir schon immer gewünscht. Piet ist ein Kumpel von mir, der genauso gerne kickt wie ich. Von dem hast du mir noch nie erzählt. Woher kennst du den denn? Vom Spielplatz. Dort ist der immer mit seinem Hund Lucky. Der ist total süß und lässt sich voll gerne streicheln. Das heißt, dieser Piet ist nicht aus deiner Schule? Nein, Piet geht noch nicht mehr zur Schule. Der ist ungefähr so alt wie Papa. Warte mal. Heißt das, du hast heute von einem wildfremden Mann ein Fußball geschenkt bekommen? Piet ist doch nicht wildfremd. Ich habe mich schon sehr oft mit ihm nach der Schule beim Spielplatz getroffen, um mit ihm Fußball zu spielen. Wie oft, Leo? Keine Ahnung. Warum fragst du? Weil es sein kann, dass der gefährlich ist. Quatsch, Piet ist doch nicht gefährlich. Der ist voll nett. Sonst hätte er mir doch nicht diesen Ball hier geschenkt. Das ist wichtig. Guck mal her. Ich möchte nicht, dass du wildfremden Menschen einfach so vertraust. Schau mich mal an. Du weißt nicht, was der von dir möchte. Bitte lass dir auch nichts schenken von Fremden, okay? Ja, muss ich den Ball jetzt zurückgeben? Nee, das musst du nicht. Aber bitte versprich mir, dass du den Piet nicht mehr triffst, ohne dass ich davon weiß, ja? Leo hat Piet gesagt, dass er ihn in Ruhe lassen soll. Trotzdem spricht der Mann den 10-Jährigen auch in den folgenden Tagen wieder an. Da Pias Ehemann Tim auf Montage ist, beschließt die besorgte Mutter allein, die Polizei einzuschalten. Denn sie hat Angst, dass ihrem Sohn etwas Schlimmes passieren könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz wohl ist mir nicht bei der Sache. Was ist denn, wenn dieser Piet was merkt und auf Leo losgeht oder ihn führt oder so? Also ich kann Sie verstehen, ich bin ja selber Vater. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Leo, bleib mal hier bitte. Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen machen. Wir haben alles im Griff. Wir schauen nach allem, ja? Ja, und was ist, wenn doch irgendwas passiert? Kommen Sie mal, ich zeig Ihnen mal was. Und zwar da vorne. Sehen Sie das Pärchen? Leo. Das sind zwei Kollegen. Die Dame mit der blauen Jacke und der Herr mit dem roten. Das sind Zivilpolizisten und die haben alles hier im Blick. Und ich sicher hier vorne ab. Das heißt also, wenn dieser Piet hier irgendwas mit ihrem Sohn veranstalten sollte, greifen wir sofort zu. Falls also irgendwas ist oder falls es zu gefährlich werden sollte, können wir auch jederzeit abbrechen. Wir werden Ihren Sohn nicht gefährden. Das können Sie mir glauben. Das garantiere ich Ihnen. Und was ist denn, wenn der Typ überhaupt nicht kommt? Dann bleiben wir so lange an Ihrem Sohn Leo dran, bis dieser Piet wieder auftaucht. Okay. Das kann ich Ihnen versprechen. Leo, komm mal her zu mir, komm. Magst du vielleicht mal spielen gehen da vorne, so wie du es immer machst? Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Es ist wirklich alles abgesichert hier. Seit Pia von dem Unbekannten erfahren hat, begleitet sie Leo jeden Tag zur Schule. Und der unbekannte Mann scheint nur darauf zu warten, den Jungen allein anzutreffen. Hey Leo, komm. Na? Was ist das denn da? Guck mal, Loki, wer da ist. Na? Achtung, Zielperson vor Ort. Zugriff. Zugriff. Polizei. Was soll das? Polizei. Was wollen Sie von mir? Bleiben ruhig. Unser Kollege erklärt Ihnen das gleich. Ganz ruhig geben Sie mal den Hund hier. Lassen wir mal los. So, Sie sind vorläufig festgenommen. Festgenommen? Wieso das denn? Was habe ich denn getan? Genau deswegen bin ich hier. Ich will wissen, was Sie getan haben. Als erstes Mal möchte ich Ihren Namen haben. Wie heißen Sie? Pütz. Peter. Gut, Herr Pütz. Sie haben einen zehnjährigen Jungen angesprochen. Und das nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal. Können Sie mir das erklären? Ich habe Leo hier zufällig getroffen. Das ist doch nichts Verbotenes. Also ich sehe schon. Also die Vernehmung bringt hier nichts. Wir bringen ihn auf die Wache. Wenn die Vernehmung dort weiterführen und die Personalien auch auf der Wache überprüfen. Ach dann hören Sie mal. Lassen Sie mich los. Ich komme ja. Ich glaube ich spinne. Dass ausgerechnet Peter Pütz meinen Sohn angesprochen hat, ist die totale Katastrophe. Ich werde mir den unbedingt vorknöpfen. Die Begegnung mit Peter Pütz ändert alles für Pia. Denn als sie zu Beginn ihrer Ehe mit Tim einfach nicht schwanger wurde, hat sie online nach einem Samenspender gesucht und Peter Pütz gefunden. Er ist Leos leiblicher Vater. Doch niemand weiß davon. Was für eine nette Überraschung. Was fällt Ihnen ein, meinen Sohn anzusprechen? Ich habe überhaupt nichts Schlimmes getan. Spinnen Sie? Sie haben Leo mehrfach vor der Schule aufgelauert. Warum? Was wollen Sie? Das ist noch lange kein Grund, mir die Bullen auf den Hals zu hetzen und denen zu erzählen, dass ich pervers bin. Ja, aber ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie der Typ sind. Mann, Sie machen alles kaputt. Was ist los? Ich habe nur mit ihm gesprochen. Was ist denn da schon dabei? Aber Leo ist mein Sohn, nicht Ihr Sohn. Und ich verbiete Ihnen, dass Sie ihn weiter treffen. Leo ist genauso gut mein Sohn. Und als leiblicher Vater werde ich mir das Recht herausnehmen, ihn ab und zu mal zu sehen. Gar nichts werden Sie. Und wenn Sie sich nicht in Zukunft daran halten, sich von Leo fernzuhalten, dann werden Sie mich kennenlernen. Ich lasse mir von Ihnen nichts vorschreiben. Schönen Tag noch. Ich hätte nie gedacht, dass irgendwann rauskommt, was ich getan habe. Ich habe solche Angst, was jetzt alles passieren kann. Am Ende versucht der Typ mir noch Leo wegzunehmen. Ich muss das unbedingt verhindern. Pia ist seit 15 Jahren glücklich mit Tim verheiratet. Sie hat sich nicht sehnlicher als ein Kind gewünscht und nur aus Verzweiflung auf eine Samenspende zurückgegriffen. Doch nun befürchtet sie, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Voller Sorge bittet sie Anwältin Ulrike Tarsic um Hilfe. Aber wovor haben Sie denn jetzt so große Angst? Wie soll ich das denn sagen? Danke. Also dieser Peter Pütz ist der biologische Vater von Leo. Sie haben ein Verhältnis mit Peter Pütz? Nein, auf keinen Fall. Nein, er ist nur der Samenspender. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil Sie sagten doch, Ihre Ehe sei sehr glücklich. Ja, Tim und ich, wir lieben uns. Wir wollten immer zusammen Kinder. Aber als es nach fünf Jahren in unserer Ehe immer noch nicht geklappt hat, da habe ich ihm eine künstliche Befruchtung vorgeschlagen. Aber das wollte er nicht. Ja, wieso wollte er das nicht? Tim ist in einem sehr konservativen Haushalt groß geworden. Alles, was mit künstlicher Befruchtung zu tun hat, ist für ihn unnatürlich. Aber für Sie war klar, Sie wollten unbedingt Kinder und konnten das so jetzt auch nicht akzeptieren? Ja, absolut. Ich war total verzweifelt. Und dann habe ich in der Zeitung von diesem Artikel gelesen, dass es auch private Samenspender gibt. Und den Peter Pütz habe ich dann auf so einer Samenspende Internetseite gefunden. Okay, ich habe davon auch gehört. Das scheint ja ein lukrativer Erwerb zu sein für die Herren der Schöpfung. Ich glaube aber bei staatlichen Stellen ist das glaube ich auf 15 Spenden begrenzt. Bei privaten weiß ich das jetzt nicht genau. Wie war es denn bei Ihnen mit der Spende? Ich habe mich mit Herrn Pütz an seinem Bootshaus getroffen und er hat mir die Spritze mit dem Samen übergeben. Und wir haben dann vereinbart, wenn ich schwanger werde, bekommt er 500 Euro. Wissen Sie was, macht es denn keinen Sinn wirklich nochmal mit Ihrem Mann zu sprechen? Dass Sie in die Wahrheit sagen, ich meine Sie sagen, Ihre Ehe ist intakt, Sie lieben sich, das wird er Ihnen doch verzeihen. Nein, er wird es nicht verstehen, glauben Sie es mir, ich kenne Tim gut. Das ist für den total, das ist eine Katastrophe, dass ich ihn so angelogen habe. Und wenn wir versuchen gemeinsam mit jemandem zu sprechen? Nein, bitte, bitte, es macht keinen Sinn. Können wir denn nicht gegen diesen Peter Pütz irgendwas machen? Irgendwas gegen ihn erwirken? Ich möchte einfach nicht, dass er Leo und meine Familie weiter belästigt. Kann er mir Leo eigentlich wegnehmen? Haben Sie denn irgendwas mit ihm vereinbart, haben Sie einen Vertrag geschlossen mit ihm? Nein, nein, wir haben nur mündlich vereinbart, dass er keinen Kontakt zu meinem Kind haben soll. Und schriftlich auch nichts Gegenteiliges. Also wenn das so ist, dann ist die Rechtslage eindeutig, dann kann er ihn Leo nicht wegnehmen, das ist klar. Er hat als Samenspender noch nicht mal einen Anspruch darauf, die Vaterschaft ihres Mannes anzufechten. Das könnten theoretisch nur sie oder ihr Mann. Aber die Rechtslage ist da ganz klar auf den Punkt gebracht, als Samenspender hat er keinen Anspruch darauf, Kontakt zu Leo zu haben oder ihn irgendwie zu sehen. Echt jetzt? Ja. Das sieht er aber ganz anders. Was ist denn, wenn er Leo erzählt, dass er sein Vater ist? Wissen Sie was, lassen Sie mich doch einfach mal mit dem Herrn Pütz selber sprechen. Vielleicht kommt er ja dann zur Vernunft und hört auf mit diesem Kontaktversuchen. Wissen Sie eigentlich, wie ich den erreichen kann? Haben Sie irgendwie eine Adresse für mich? Ich kann Ihnen nur sagen, wo das Bootshaus war, mehr weiß ich auch nicht. Sagen Sie doch so für euch, dann schreiben wir das einfach mal hier auf. Versuche ich mal mein Glück. Ich kann gut nachvollziehen, dass meine Mandantin Angst davor hat, dass ihr Geheimnis gelüftet wird und ihr Mann erfährt, dass er nicht der leibliche Vater von Leo ist. Das wäre für jeden Vater ein Schock. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit dem Samenspender sprechen und ihm eindrücklich klar machen, dass er keinerlei Ansprüche hat, Leo zu sehen. Ich hoffe, er sieht das ein und lässt Leo in Ruhe. Ansonsten hat meine Mandantin wirklich ein großes Problem. Ulrike Tasic möchte ihre Mandantin unterstützen und Peter Pütz klar machen, dass er keinerlei Rechte bezüglich des zehnjährigen Leo hat. Die Juristin hat herausgefunden, dass er Eigentümer eines Bootsverleihs ist. Am nächsten Morgen sucht sie ihn auf. Hallo, Herr Pütz. Ja, hallo. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Rechtsanwältin Tasic. Ich bin die Anwältin von Pia Geller. Der Name wird Ihnen sicherlich was sagen. Ach, daher weht der Wind. Erst hetzt sie mir die Bohlen auf den Hals und dann kommt sie mir auch noch mit einer Rechtsverdreherin. Was wollen Sie? Ich möchte Sie nur eindringlich bitten, dass Sie zukünftig den Kontakt zu Leo Geller meiden. Leo ist mein Sohn. Und ich will ihn einfach ab und zu sehen. Das ist nicht Ihr Recht. Sie sind als Samenspender vielleicht der biologische Vater, okay. Aber rechtlich gesehen ist es eindeutig. Der Ehemann von Pia, der Tim Geller, das ist der Vater von Leo und der ist auch als solcher in der Geburtsurkunde von dem Jungen eingetragen. Es interessiert mich nicht, was in der Geburtsurkunde steht. Leo ist mein einziges Kind. Und ich will einfach nur sehen, wie er aufwächst und wie es ihm geht. Herr Püps, es hat Sie zehn Jahre lang überhaupt nicht interessiert, was mit Leo ist. Und jetzt auf einmal. Können Sie mir das bitte mal erklären? Meine Freundin, mit der ich eine Familie gründen wollte, die hat mich einfach so verlassen. Und dann ist mir halt eingefallen, dass ich ja bereits ein Kind gezeugt habe. Also verzeugen kann ja keine Rede sein. Sie haben ihr Sperma in einer Spritze verkauft. Mensch, das war doch nur dieses eine Mal, weil ich mein scheiß Auto reparieren musste. Ich sehe das heute wirklich ganz anders. Leo ist ein Teil von mir. Ich kann das ja verstehen, aber Sie müssen auch meine Mandantin verstehen. Die möchte Ihre Familie nicht verlieren. Ich habe überhaupt nicht die Absicht, Leo irgendjemandem wegzunehmen. Das können Sie auch nicht. Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Dazu haben wir überhaupt gar kein Recht. Ja? Denken Sie doch mal an Leo. Ich meine, für den wäre das doch auch total belastend. Also, ich bitte Sie wirklich, dass Sie Ihre Position da nochmal überdenken, bevor ich zu härteren Mitteln greifen muss. Seien Sie doch vernünftig, Herr Pütz. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, Leo gar nichts mehr zu sehen. Also, dann kann ich Ihnen nur raten, überlegen Sie sich das nochmal. Aber ganz besonders. Schönen Tag noch. Peter Pütz scheint wirklich besessen von der Idee zu sein, einen Platz in Leos Leben einzunehmen. Ich werde mich jetzt mit meiner Mandantin besprechen, was wir machen, wenn er weiterhin auftaucht. Peter Pütz hat sich seit dem Gespräch mit Ulrike Tarsic vor drei Tagen nicht mehr in Leos Nähe blicken lassen. Doch Pia hat immer noch Angst. Sie liebt ihre Familie über alles und will sie nicht verlieren. Bis auf die Lüge über Leos wahren Vater war die Krankenschwester stets ehrlich zu ihrem Sohn und ihrem Ehemann. Der 42-jährige Polia ist inzwischen von seiner Montagereise zurückgekehrt. Als ich gerade Leo ins Bett gebracht habe, hat er gesagt, dass du ihn in den letzten Tagen immer zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt hast. Ja, stimmt. Aber wieso das denn? Ist irgendwas passiert? Nee, ach gar nichts mehr. Aber du bringst doch nicht einfach ohne Grund Leo in die Schule. Ja, weißt du, ich habe da so einen Artikel gelesen von einem Überfall auf den Schüler und ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Aber wo war denn dieser Überfall? An Leos Schule? Ach nein, irgendwo in Berlin. Man, ich hatte einfach ein ungutes Gefühl. Da wird irgendwo in Berlin Schüler überfallen und du machst dir Sorgen um Leo. Wird das nicht ein bisschen übertrieben? Nee, finde ich nicht. Aber Leo geht doch immer mit den Kindern aus der Nachbarschaft zur Schule. Das haben wir doch geübt. Außerdem ist er schon seit zwei Jahren nicht mehr mit dir zur Schule gegangen. Was genau stört dich eigentlich daran, dass ich ihn begleite? Mann, er ist erst zehn und ich möchte nicht, dass ihm was zustößt. Hey, was ist denn los mit dir? Warum regst du dich plötzlich so auf? Entschuldigung. Ich hatte einfach einen verdammt langen Tag und bin müde, das ist alles. Verschweigst du mir irgendwas? Ist irgendwas mit Leo? Nein, es ist gar nichts. Ich bin einfach nur vorsichtig, okay? Lass uns schlafen, ja? Oh, diese Sache mit dem Peter Pütz, die macht mich noch völlig fertig. Wenn der jetzt doch nochmal versucht, Leo zu treffen, endet das für uns alle in einer Riesenkatastrophe. Oh, ich darf gar nicht dran denken. Also ich lasse Leo jedenfalls nicht aus den Augen in den nächsten Wochen. Pia hasst es, ihren Mann anzulügen. Doch sie befürchtet, dass er sie verlässt, wenn er die Wahrheit erfährt. Nach einer anstrengenden Frühschicht im Krankenhaus will Pia ihren Sohn von der Schule abholen. Doch dort wartet eine böse Überraschung auf sie. Leo? Leo? Geh bitte zum Auto. Ich habe links die Straße runtergeparkt. Ich komme gleich. Tschüss, Leo. Vergiss deinen Ball nicht. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich an? Sie sollen sich von meiner Familie und insbesondere von Leo fernhalten nicht verstanden. Dann kommen Sie mal ein bisschen runter. Ich habe Leo kein Haar getrieben. Darum geht es doch hier überhaupt nicht. Meine Anwältin hat Ihnen doch wohl ganz klar gesagt, dass Sie kein Recht haben, sich Leo zu nähern. Leo ist und bleibt mein Sohn. Und ich werde mir von niemandem verbieten lassen, ihn hier ab und zu mal zu sehen. Hey, wir haben doch wohl vor zehn Jahren ganz klar vereinbart, dass Sie kein Recht haben und keinen Umgang mit Leo haben werden. Echt? Haben wir das? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Haben Sie das schriftlich? Natürlich nicht! Sie sind dabei, meine Familie zu zerstören. Wollen Sie das? Ah, Sie haben Ihrem Mann also noch nicht von der Samenspende erzählt. Stimmt's? Denken Sie doch wenigstens an Leo. Soll er denn am Ende noch seinen Vater verlieren? An mir soll es nicht liegen. Sie machen hier die große Welle, nicht ich. Aber ich habe da so eine Idee. Wovon reden Sie? Ich werde Leo weiterhin hier ein bisschen sehen können. Und dafür erfahren weder Ihr Mann noch Leo von Ihrem kleinen Geheimnis. Halten Sie mich eigentlich für blöd? Leo erzählt doch seinem Vater von Ihnen! Ja, bis dahin können Sie sich ja was einfallen lassen. Das werde ich ganz sicher nicht tun! Mama? Warum bist du sauer auf mich? Ach Leo, ich bin noch nicht sauer auf dich. Ich bin sauer auf Piet. Wieso? Weil er sich eigentlich von dir fernhalten soll. Aber Piet ist doch mein Kumpel und voll nett. Und ich würde ihn gerne mal mit nach Hause bringen und Papa vorstellen. Und dann könnten wir zu dritt Fußball spielen. Und Papa findet Piet bestimmt auch voll nett. Also das kommt ja nun überhaupt nicht in Frage. Das finde ich aber doof! Leo, ich weiß, das ist für dich ganz schwer zu verstehen. Bis jetzt ist nichts passiert, zum Glück. Aber die Polizei hat auch gesagt, wir sollen jetzt erstmal abwarten, bis sich alles geklärt hat. Das finde ich aber auch doof! Oh, komm mal her! Oh, Mann, Leo, pass auf! Wir warten ab, bis ich das alles geklärt habe, okay? Und bis dahin versprichst du mir, dass du Piet nicht nochmal triffst. Okay. Na komm, wir gehen nach Hause. Ich verstehe einfach nicht, warum dieser Pütz mir das antut. Und ich bin doch noch so blöd und verrate ihm, dass Tim von der Samenspende nichts weiß. Ich muss jetzt sofort zu der Anwältin, damit die ihn stoppen kann. Jetzt zerstörst du uns noch, ohne mit der Wimper zu zucken meine Familie. Let's do us. Nachdem Pia ihren Sohn nach Hause gefahren hat, will sie Ulrike Tarsic von Peter Pütz Drohung berichten. Doch sie kann die Juristin telefonisch nicht erreichen und fährt deshalb direkt zu ihrer Kanzlei. Die Anwältin hat viel zu tun, schickt ihre verzweifelte Mandantin jedoch trotzdem nicht weg. Hallo, Entschuldigung, dass ich Sie so einfach überfalle. Tut mir leid, ich hätte überhaupt gar keine Zeit. Die Kanzlei ist voller Mandanten. Ganz kurz. Entschuldigung, ich hab 20 Minuten... Bitte, der Herr Pütz, der hat den Leo von der Schule getroffen und es ist ihm völlig egal, ob er Ärger kriegt oder nicht. Ehrlich gesagt, sowas hab ich mir schon gedacht. Leo fragt mich auch die ganze Zeit, warum er mit seinem Kumpel nicht mehr spielen darf. Ich weiß nicht, was ich dem noch sagen soll. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als jetzt wirklich eine Strafanzeige zu erstatten und ein Kontakt- bzw. Annäherungsverbot gegen Herrn Pütz zu erwirken, oder? Das ist aber noch nicht alles. Ich hab... Ich hab denen vorhin beim Schulhof meine Meinung gesagt und dabei ist mir rausgerutscht, dass Tim von der Samenspinne nichts weiß. Was mach ich denn, wenn der mich jetzt erpresst oder mit Tim das Gespräch sucht? Dann ist alles aus. Also ich meine, damit hat er sie natürlich jetzt in der Hand. Und für meine Begriffe ist es nur eine Frage der Zeit, bis er an ihren Mann herantritt und dem alles erzählt. Sie sollten, Frau Geller, überlegen, ob sie jetzt nicht in die Offensive gehen und ihm einfach die Wahrheit sagen, ja? Bevor es durch irgendeinen dueren Zufall erfährt. Wenn ich das mache, verlässt Tim mich. Das wird er nie verstehen, dass ich ihm davon nichts gesagt habe. Da kann ich auch Leo gleich mit seinem Kumpel wieder spielen lassen. Frau Geller, ich verstehe Ihre Sorge, ja? Aber ganz ehrlich, Ihr Mann wird Ihnen doch wahrscheinlich eher eine Samenspende verzeihen, als wären Sie fremdgegangen zum Beispiel. Ich meine, ich will Sie jetzt nicht bequatschen. Das ist alleine Ihre Entscheidung. Aber ich muss jetzt wirklich in meine Kanzlei, also... Sollen wir jetzt eine Strafanzeige erstatten oder nicht? Ja. Ja. Ich denke auch, es ist das Beste. Ich mache das für Sie. Wir hören uns. Tschüss Frau Geller. Tschüss. Oh Scheiße. Natürlich fällt es meiner Mandantin schwer, ihrem Mann die Wahrheit über Leos Herkunft zu erzählen. Aber nur so wird sie es in der Hand haben, ihre Ehe und die Familie zu retten. Ich hoffe sehr, dass sie sich dazu durchringt. Nicht, dass der Mann es hinterher noch von Peter Pütz selbst erfährt. Um ein Kontakt- und Annäherungsverbot gegen Peter Pütz zu erwirken, hat Ulrike Tasic eine Strafanzeige wegen Stalkings gestellt. Und die Polizei darum gebeten, an Leos Schule vermehrt Streife zu fahren. Tatsächlich bleibt in den nächsten Tagen alles ruhig. Doch die Strafanzeige hat Folgen. Pia? Mucki? Bist du schon zu Hause? Nix am Mucki. Kannst du mir sagen, was dieser Brief hier zu bedeuten hat? Wieso öffnest du meine Post? Hab ich aus Versehen geöffnet. Aber es tut auch nichts zur Sache. Ich will wissen, was hier los ist. Wer ist dieser Peter Pütz? Das ist alles ganz harmlos. Willst du mich auf den Arm nehmen? In diesem Brief schreibt deine Anwältin, dass sie gegen diesen Typen Strafanzeichen gestellt hat. Warum erzählst du mir nicht, dass du von irgendjemand gestalkt wirst? Ich werde doch gar nicht gestalkt. Ich verstehe nur im Bahnhof. Was soll denn diese Anzeige? Dieser Peter Pütz hat sich nicht mir, sondern Leo genähert. Aber ich habe mich sofort um alles gekümmert und das kommt jetzt auch nicht mehr vor. Pia! Heißt das, irgend so ein perverses Schwein hat sich an Leo rangemacht? Tim, es ist alles gut. Ich habe mich um alles gekümmert und Leo ist nichts passiert. Ich fass es einfach nicht. Leo ist in Gefahr und du erzählst mir kein Sterbenswörtchen davon. Stattdessen tischst du mir irgendeine Geschichte von irgendeinem Überfall auf. Was soll das? Bitte beruhige dich doch, ich habe alles im Griff. Jetzt antworte endlich auf meine Frage. Warum hast du mir nicht erzählt, dass Leo bedroht wird? Du verstehst das alles ganz falsch. Du hast so viel Stress gerade im Beruf und ich wollte einfach dir die Sache vom Hals halten. Das ist der ganze Grund, warum ich nichts gesagt habe. Das sind doch alles nur Ausreden. Ich bin immer im Stress. Wann wolltest du mir sagen, dass unser Sohn von irgend so einem perversen gestalkt wird? Ich habe mich gekümmert. Es ist alles gut. Wirklich. Es ist nichts passiert. Erzähl dir doch nicht so Müll. Ich glaube dir kein Wort mehr. Du verschweigst mir doch was. Was hast du denn jetzt vor? Ich gehe zu deiner Anwältin, um zu erfahren, was wirklich Sache ist. Du willst was? Aber ich habe dir doch jetzt alles gesagt. Bitte bleib hier. Jetzt ist genau das passiert, wovor ich die ganze Zeit Angst gehabt habe. Scheiße, ich habe echt Panik. Wenn meine Anwältin Tim jetzt die Wahrheit sagt, dann ist alles aus. Was habe ich nur angerichtet?